Wir haben uns vier Staatsanwaltsmitglieder und 13 Gemeinderäte gesichert. Mit 43,1 Prozent haben die Welser Freiheitlichen die Gemeinderatswahl 2015 klar für sich entschieden. Ziel des amtierenden Bürgermeisters Andreas Rabel ist es, in diesem Jahr wieder Erster zu werden. Mit einem neuen Mix aus erfahrenen Politikern und Neueinsteigern als Gemeinderatskandidaten möchte man die Vorgabe erreichen. Damals mit hundertprozentiger Zustimmung Bürgermeister Dr. Andreas Rabel auch zugegeben. Die Frauenquote ist Vizebürgermeister Gerhard Kreuz wichtig. Unter den ersten zehn Kandidaten sind sechs Frauen aufgestellt. Das ist in dieser Hinsicht eine ordentliche Ansage. Sicherheit, Integration und Sprachförderung, leistbares Wohnen und der Erhalt historischer Substanzen in der Welser Innenstadt sind Kernthemen, mit denen das Team Rabel 2021 ins Rennen geht. Gewählt wird in Oberösterreich am 26. September.